Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich wollte meinem Hund tanzen beibringen, allerdings hat er zwei linke Füße. Dieser unangenehme Moment zwischen Schule und Rente. Wie nie ist ein Terrorist? Dschihad. Erdbeben. Sie? Hilfe, es wackelt alles! Er? Alles. Außer A-Körbchen. Gerade bei Amazon nach Gleitmittel gesucht. Kunden haben auch angesehen. Pampers Multipack, Tischkreissäge, Biotonne. Ich hätte gerne 5 Kugeln Eis. Und zwar Nutella, Bier, Käsekuchen, Schlumpf und ein Horn mit Glitzer. Im Becher oder einer an der Waffel. Ich habe aus Versehen ein Ü-Ei für Mädchen gekauft. Da war ein Spülmaschinen-Tab drin. Ich hatte viele atemberobene Frauen. Klingt definitiv besser als, ich muss mir meine Frauen immer selbst aufblasen. Ein Kumpel von mir hat sich eine Pflanze ins Gesicht tätowieren lassen. Quasi eine Facepalme. Wenn ein Freund dir einen Keks anbietet. Oh, danke sehr. Wenn dein bester Freund dir einen Keks anbietet. Was ist da drin? Es heißt, ohne Bildung keine Karriere. Na und? Albert Einstein hat seine Schule auch nie fertig gemacht. Und er ist trotzdem der erste Mensch auf dem Mond gewesen. Jetzt im Kino. Baking Bread. In den Hauptrollen Sesam L. Jackson, Dinkel Washington und Brot Pitt. Warum kommt ein Handwerker nicht in den Himmel? Weil er die Anfahrt berechnet. Wie man Leute wahnsinnig macht. Gib bei MacDrive an, dass du die Bestellung zum Mitnehmen möchtest. Sie? Hans, du bist ja schon wieder betrunken. Er? Sei still. Es ist schlimm genug, dass ich dich doppelt sehe. Jemand hat mein Microsoft Office gestohlen, aber ich werde ihn finden. Du hast mein Word. Heute herausgefunden. Arbeitsschutzhandschuhe schützen gar nicht vor der Arbeit. Schade. Ich glaube, damals in den Konzentrationslagern sollten die Vergaseranlagen wirklich nur eine Sauna werden. Wurden aber von VW geliefert. Vorher hat dein Sohn diese Ausdrücke her. Die hat sich der kleine Ficker selbst beigebracht. Manchen Menschen sieht man von weitem an, dass sie bei Tetris versuchen, das Quadrat zu drehen. Igel sind praktische Haustiere. Man kann sie beim Staubsaugen einfach kurz an die Wand pinnen. Belebt jedes langweilige Gespräch, in dem ihr jemanden erklärt, ihr hattet ein Glasauge und schaut dann zu, wie derjenige versucht herauszufinden, welches es ist. 2009. I. Billige Analogkäse. Skandal. 2016. Oh, veganer Käse. Nur 3,98 Euro pro Scheibe. Om nom nom. Ich glaube an Karma. Das bedeutet, ich kann Menschen den ganzen Tag schlimme Dinge antun und davon ausgehen, dass sie es verdienen. Zahnarzt auf Französisch. Monteur de la Fresse. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Masterjam. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.